Herzlich Willkommen zurück, schön dass ihr wieder da seid. Wir kaufen jetzt 18G, dann hab ich... Fuck, dann hab ich... Wie viel brauche ich im nächsten? Eine Spinne krabbelt herunter und gibt ihr einen Krug. Oh nein! Ich hab nicht genug 7, ich brauche noch 2G. Ja, aber der war jetzt auch sehr alt, Loki. Für alte schlichte Witze muss ich dich ja nicht belohnen, oder? Das wäre ja irgendwie falsch. Das würde ja ein falsches Bild vermitteln. So, wir essen jetzt. Du klopfst dir auf den Bauch. Bietet dir ein gesundes Mal an. Hier ist dein Grünzeug. Das will ich einfach. So, ich brauche nur das Geld. Genau das ich für sie wollte. Und meine Maus ist wieder im Bild. Ah, verdammt. Doch! Nein! Schlechte Witze werden aus Prinzip nicht vorgelesen. So, jetzt will ich bei beiden Spinnen das kaufen. Eine Spinne krabbelt herunter und gibt ihr einen Donut. Jetzt hab ich... Was hab ich denn jetzt? Ich hab einen Spinn-Donut und einen... Was ist so geil, das ist ein Archonsaft? Archonsaft, halt 24p. Aus ganzen Spinnen hergestellt. Nicht nur aus deren Saft. Mh. Okay. 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 Ich bin gespannt. Okay. Wir haben ja jetzt hier so weit abgeliefert. Wir brauchen nur noch durchgehen. Der Vorteil ist... Also ich kann dir das tatsächlich nur empfehlen. Die Better Twitch TV. Äh, jetzt muss ich grad überlegen. So, einen kann ich schon Gnade walten lassen. Schwing deine Arme, Baby! Ich fühle mich los, gehe ich zum Mama weinen. Die wäscht mich zwar wieder, aber ich fühle mich dann auch leicht. Okay. Äh, ich kann übrigens Better Twitch TV tatsächlich nur empfehlen. Das ist eine super App, mit der ihr verschiedene Emotes posten könnt. Ähm. Und die Emotes lohnen wirklich. Ich habe jetzt schon einige oben. Und die sind gratis. Die könnt ihr einfach so benutzen. So, was muss ich hier nicht machen. Äh, wenn du das liest, drücke den grünen Schalter. Ja, irgendwo muss der grüne hier sein. Ein Schalter drücken, ja. Du vernimmst ein klares Klick. Zack, Baby. Habe ich dich. Ja, dann... Gehen wir zweimal essen. Was haltet ihr davon? Du klopfst sie auf den Bauch. Oh, ein gesundes Mahl an. Nein, ich konnte das gesunde Mahl nicht essen. Rede nicht. Ich will da auch gar nicht reden. Will dich essen. Ich biete mir ein gesundes Mahl an. Nein. Oh, da, ja. Okay. Alles klar, einer ist weg. Regionale Anbau ist wichtig. Wer weiß es nicht. Nein, ich bin schon wieder reden. Wenn man zu schnell durchklickt. So, komm. Ich biete mir ein gesundes Mahl an. So, weiter geht's. Glaub ich könnte da sein. Oh je, das hat ja länger dauert, als ich dachte. Hallo Toriel. Hab den Clip jetzt fertiggestellt. Das ist sehr nett. Ich weiß noch nicht, was für einen. Werde dich gesund pflegen. Hätte dich nicht so lange allein lassen sollen. Happy Birthday. Ach, der Happy Birthday Clip. Ah. Okay. Oh mein Gott. Wenn die Hake sich drüber freut. Warum nicht? Und ich hab wieder volles Leben. Ich tue das. Überraschung. Es ist ein Karamellzimkkuchen. Yeah. Das konnte ich ja durchskippen. Das ist ein Zimmer. Ganz für dich alleine. Ich hoffe, es gefällt dir. Das ergibt auch so viel Sinn. Warum die Wohnung von Asgore so aussieht. Man müsste einen No-Safe-Run machen. Ach, Fitzbold. Wann soll ich denn... Wann soll ich denn... Oh mein Gott. Überlegt mal. Ihr werdet wach und vor eurer Nase ist ein Kuchen. Oh, geil. Wie großartig das wäre. Man wird renoviert. Wieso wird das Zimmer immer renoviert? No-Hit-Run. Läuft schon mal gar nicht. Bin ich total in Nietzsche. Würde ich nie hinkriegen. Das Schlimme ist, ich habe echt gedacht, weißt du... Oh ja, wir spielen das einfach mal durch. Dass es da von Gott verdammte drei Enden gibt, konnte ja keiner ahnen. Und jetzt bin ich so neugierig auf dieses andere Ende, dass zumindest das Pazifisten-Run-Ende haben wird. Eine Marke Schokoriegel im Kühlschrank. Dann die Angesmuster auswendig. Danke, Marke. Die Größe des Kuchens schüchtert sich zu sein, um ihn zu essen. Der Tag ist noch nicht gekommen. Er wird auch so schnell nicht kommen. Oh, schon aufgestanden? Ich wollte dich immer mal wissen lassen. Ich zeige dir meine Lieblingssorten zum Käfer-Sammel. Ich habe ein paar Schulstunden. Ich muss das jetzt durchskippen, weil sonst brauchen wir nachher ewig auf den Text. Äh, gibt es better Twitch-TV fürs Handy? Wäre mir neu. Ja, aber da war es schon zu spät. Da war es doch schon zu spät, Mensch. Da war es doch schon zu spät. Da hatte ich doch schon was kaputt gehauen. Das konnte ich doch nicht wissen. Nein, Toy, wir wollen da durch. Also, sie möchten ja nicht für die Leute hier zukommen. Sie möchten nicht, dass ich hier durchgehe. Es gibt hier unten nichts zu sehen. Naja, ich möchte da trotzdem lang. Ich bin da sehr erpicht drauf, weiterzugehen. Ich habe das Gefühl, ich komme mal weiter. Möchtest du dein Buch lesen? Mir sagt das Spiel, das du spielst, nun wirklich nicht zu. Oh, guck mal, dieser leicht genervte Blick. Wie wird ihn deine Frau ärgert? Warum spazierst du nicht im Vorgarten rum? Echt jetzt? Nicht dein Ernst! Hm? Doch. Es ist immer noch witzig. Selbst beim zweiten Mal. Ja, ist ein guter Mensch. Ich will da doch nur lang. Lass mich da euch, Mutti. Warum bist du denn jetzt wieder so? Warum bist du so? Oh, ich habe gar nicht drauf geachtet. Waren das die Punkte, wo ich nachschauen musste? Ein 3. Nee. Muss ich irgendwas anderes machen? Wir gehen mal kurz vor die Tür. Ich weiß gar nicht, ob da rechts noch was war. Ich meine, hier rechts ging es auch noch irgendwo lang. Checken wir das gerade mal. Ribbit. Ein Messer. Ich finde es das Spielzeugmesser. Ich habe eine Waffe! Und ich weiß sie nicht zu benutzen. Plastikmesser, benutzen! Jetzt ausgerüstet. Ich bin mächtig. Jetzt kann ich ein Steak aus dem machen. Korrekt! Und es wird lecker! Wie krass wohl der andere Run sein muss. Ich weiß gar nicht, musste ich hier jetzt noch was machen? Oder musste ich immer nur wieder durchrattern? Ich weiß das gar nicht mehr. Schon wieder so lange her, ne? Nein, ich werde keinen einzigen XP sammeln. Was willst du denn, Mutter? Wie häufig musste ich dich denn noch penetrieren? Oh, hallo. Möchtest du etwa über ein Buch war, das ich lese? Ist direkt der Titel. 72 Anwendung für Schnecken. Was meinst du? Wo ist der Ausgang? Ähm. Wir haben das mit ein Fakt über Schnecken. Wusstest du das Schnecken? Manchmal ihr Verdauungssystem ändern, wenn sie altern? Interessant. Wo ist der Ausgang? Ich muss ja was erlegen. Bleib hier. Also ich wüsste nicht, wie Better Twitch-TVs fürs Handy gibt. Aber es gibt für jeden äh... Für jeden PC als Applikation und so weiter. Du möchtest wissen, wie du nach Hause kommst? Ich war ja, vorne liegt in der Rien. Am Ausgang werde ich den zerstören. Niemand kommt hier wieder raus. Blablabla. Es tut mir leid, dass ich das ein bisschen durchskippe. Aber ich möchte halt die Leute, die das wirklich verpasst haben, die ersten acht oder neun Folgen sind auf YouTube schon raus. Die können sich tatsächlich nochmal angeschaut werden. Ich mach's tatsächlich jetzt für die Zusatz-Story. Die entsteht, wenn ich einen äh... einen Pazifisten-Run mache. Und das gerade ist einfach nur durchskippen eines Textes, die ich schon kenne. Du möchtest dringend durch? Hm. Du bist genauso wie die anderen. Es gibt dafür nur eine Lösung. Beweise dich. Beweise mir, dass du stark genug bist, um zu überleben. Na dann. Wir reden mit Toriel. Oh, ich hab vergessen, wie gemeint Toriel war. Was soll ich jetzt sagen? Doch. Doch, reden ist immer die Lösung. Uh. Huuu! Muss ich hier, glaube ich, nur lange genug durchhalten, ne, bei hier. Ich benutze, glaube ich, den Verband. Ich glaube, ich muss bei Toriel, brauchte ich nur, ich wollte gerade sagen, ich habe da irgendwas im Urin noch, dass ich da einfach mal durchhalten musste. Ich bereite dir irgendeinen Angriff vor, oh Gott. Darum skippe ich ja die anderen Texte durch, damit das hier nicht ganz so nah ist, ein hartes Fall hier. Nimm Spinn-Donut. Ich will doch nur mit dir reden, Toriel. Beim Genozieren auch? Keine Ahnung. Was muss ich denn nochmal machen? Ich muss sie auf keinen Fall hauen. Ich meine, das widerstrebt den Sinn ins Pack. Hörst du mal auf, ich will die Dinger nicht fangen, ich will den ausweichen. Das war tatsächlich äußerst leid. Wie häufig muss ich denn das noch machen? Ich glaube, ich weiß es wieder. Ja, 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 ich glaube, ich weiß es wieder. Ja, 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 ich glaube, ich weiß es wieder. Eine wahre Mutter. Da war was. Das ist immer noch so gut gemacht, ey. Weißt du, was schlimm ist? Wir haben es ja schon mal gemacht, alles. Was? Los, Mutter. Tu mir weh. Mutter, verletzt mich. was muss ich denn jetzt machen aber ich frage mich jetzt gerade was ich wieder tun muss weiß ich dass sie mich nicht mehr angreift ich weiß was für dich am besten ist ist eben alt und vergesslich das hat nichts damit zu tun ich weiß aber gerade nicht mehr was ich tun soll was war denn das jetzt nochmal wie ich weiterkomme genade geht nicht habe ich eben schon mal geschaut ich check das gerne nochmal ich verschone sie ich muss das jetzt permanent verschont ja doch ja genau ich werde ja nicht mehr angegriffen da ist mir egal mutti ich verschone dich das ist mir voll als herbst gemacht ist schon ein schöner charakter was tust du ich verschone dich mutti kämpfe oder fliehe los zerstören meine herz mutter was beweist du denn damit dass ich recht habe ich rette mein steak oh steak retten wäre super ich nehme übrigens auch ein steak steak wäre geil hör auf nein hör niemals auf ich habe nur zwei items fressen müssen um das kapieren zu müssen ich schau mich nicht so an geh weg wow rotzige rotznase ich glaube warte irgendwie muss das doch gemacht werden Mensch mutter jetzt tu es doch einfach ja wie muss ich denn dir noch verschonen ich weiß du möchtest nach hause aber ich bitte dich geh nach oben ich verspreche dass ich auf die aufpasse ich weiß wir haben nicht viel aber wir können ein gutes leben führen warum machst du es nur so schwer bitte geh nach oben oh sie ist traurig bedauernswert nicht wahr nicht weil mein kind kann ich retten aber ich verstehe du wärst hier unten nur unglücklich abgeschnitten von der außenwelt die ruinen sind wirklich klein wenn man sich dran gewöhnt du wärst nicht richtig das wäre nicht richtig dich hier aufwachsen zu lassen meine erwartungen meine einsamkeit mein kummer für dich mein kind werde ich sie beiseite legen na das schlupfen wir in die augen oh ich ich fürchte dass ich tatsächlich jetzt beim 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 pazifisten run das bekommen werde wenn ich überlege wie hart ich jetzt schon bei dem run da oder geh ich noch meine mutter hinterher nein das wäre unfair das wäre mutterschmerzen noch viel viel größer sie hat mir die freiheit geschenkt ich sollte gehen jetzt so bam du warst ein schlechter sohn geh wieder nach hause run hm hm in die fields oh die stelle kenn ich hab ich beim letzten mal glaube ich schon loki von toby fox die kranke sau gutes spiel ohne schmal irgendwas schwarzer bildschirm ach ja hier war ich schon mach 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 was bursche seine versteckte kamera ach 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 aber ich freue mich drauf ihr wüssten was jetzt alles wieder kommen wird ne unser bester freund ach god ich freue mich drauf oh gott ich hab vergessen wie gut das war also jeder der das spiel nicht hat bitte holt es euch es ist unglaublich gut ich hätte es nie gedacht aber die rezensionen auf steam lügen nicht die sind der hammer ach sense Das ist Sparta. Ach ne, ein Furzkissen. Lass ihn sofort auf ein Date ein. Der alte Trick mit Furzkissen an. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Slide. Tschau.